So, ein Hemd-Punty ist lustig, ein Hemd-Punty macht Spaß, aber nicht mit Atrazineca. Oh, Hirnwind-Thrombosen, wie darf man mir das vorstellen? Das hört sich aber fällig an. Ist man hinterher gemüht, so wie ich es jetzt schon bin. Glaubt mir, ihr Frauen, das für keine. Also, na man, Gott, ich nutze lieber meinen persönlichen Hemdstoff, der ist nicht so gefährlich wie Atrazineca. Und ich hätte auch was davon abzugeben, nicht ganz kostenlos, aber einfach kontaktieren, und dann wird es lustig. Denn ein Hemd-Punty ist lustig. Ein Hemd-Punty ist lustig. Ein Hemd-Punty ist lustig. Also, nein. Gott, bei. Take care, wir sind Gott. 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 Gott.